Der Wirkstoff, der befindet sich in verschiedenen Wirkstärken auf dem Markt, angefangen von 20 Milligramm bis hin zu 70 Milligramm und er findet Anwendung sowohl bei Erwachsenen, bei einer ADHS-Erkrankung als auch bei Kindern. Sie können die Kapsel unabhängig vom Essen einnehmen, das heißt es ist ganz egal, ob Sie nun nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Man muss aber sagen, dass fettreiche Nahrung das Wirkmaximum ein wenig verschiebt in etwa um eine Stunde. Nichtsdestotrotz ist die Nüchterneinnahme auch möglich und wenn Kapseln nicht geschluckt werden können, dann kann man diese auch öffnen und den Inhalt in Wasser reingeben, in Orangensaft oder aber auch in Quark oder Apfelmus. Hier sei daran erinnert, dass der Wirkstoff dann aber auch sehr zeitnah eingenommen werden sollte. Das heißt, diese vorbereitete Speise sollte nicht längere Zeit irgendwo stehen, sondern sollte bestmöglich in den nächsten 10 Minuten zu sich genommen werden. Und wenn Sie nun mal eine Tablette vergessen haben, dann sollten Sie diese nicht am Nachmittag nachnehmen, denn je später Sie das Least Dexamphetamin einnehmen, umso höher ist das Risiko, dass es dann zur Nacht hin zu Schlafproblemen kommt. Einmal im Jahr sollte in der Regel ein Absetzversuch gemacht werden, um einmal zu schauen, ob die Notwendigkeit der Gabe weiterhin bestehen bleibt. Und da wir jetzt ja Urlaubssaison haben, möchte ich einmal daran erinnern, dass Sie sich, wenn Sie in andere Länder fahren, vorab unbedingt über ein paar Dinge informieren sollten. Denn reisen Sie aus Deutschland aus, dann sollten Sie ein Dokument bei sich tragen, das besagt, dass Sie den Wirkstoff ärztlich verordnet haben. Und diese Bestätigung dazu reicht in der Regel nicht von Ihrem Arzt alleine aus. Dafür müssen Sie meistens ein Gesundheitsamt aufsuchen oder andere Ämter und dahingehend sollten Sie sich unbedingt vorher informieren. Ich lege Ihnen einen Link hier unten in die Infobox einmal mit rein. Der führt Sie gleich zu der Seite des BFARMS, auf dem Sie nähere Informationen dazu bekommen können. Zwei Dinge sind in dem Fall auch wichtig. Denken Sie bitte daran, dass nach Ausstellungsdatum dieses Dokument nur eine Gültigkeit von 30 Tagen hat. Und es gibt manche Länder, besonders auch im asiatischen Bereich, in die dürfen Sie mit dem Wirkstoff Listexamphetamin gar nicht einreisen, da es sich hier um ein Betäubungsmittel handelt. Das heißt, nach dem Video schauen Sie da am besten einmal auf die Homepage drauf, dass Sie für die Zukunft genau Bescheid wissen und nicht kurz vor einem Urlaub nochmal ins zeitliche Bedrängnis kommen. Da es manchmal zu Schwindel kommen kann, auch zu Schläfrigkeit oder aber auch zu Sehstörungen, ist das Autofahren beim Auftreten dieser Symptome natürlich eingeschränkt. Wenn Sie merken, dass Sie auf das Listexamphetamin so reagieren, dann sollten Sie einmal Ihren Arzt kontaktieren, denn unter diesen Symptomen sollten Sie kein Auto fahren. Und damit möchte ich auch gleich schon mal zu den Nebenwirkungen überleiten, die das Listexamphetamin haben kann. Ich gebe Ihnen wie immer nur einen kleinen Auszug an Nebenwirkungen, von denen ich denke, dass das die meisten von Ihnen betreffen könnte. Das Auftreten der Nebenwirkungen, das unterscheidet sich ein wenig, ob der Wirkstoff nun als Kind eingenommen wird oder als Erwachsener, aber gar nicht dahingehend, dass Kinder mehr oder Erwachsene weniger Nebenwirkungen haben. Das ist recht regelmäßig verteilt und deshalb gebe ich Ihnen nur so in etwa Angaben von der Häufigkeit. Eine der häufigsten Nebenwirkungen, die auftreten kann, ist die Schlafstörung. Es kann schwieriger sein, in den Schlaf zu finden oder aber auch durch Schlafstörungen können auftreten. Und das betrifft in der Regel mindestens jede zehnte Person. Genauso kann es auch sein, dass Sie oder Ihr Kind an Mundtrockenheit leiden, auch Kopfschmerzen treten bei mindestens jedem zehnten auf. Ein wichtiges Thema unter der Einnahme ist der Appetitverlust, denn Erwachsene und auch besonders Kinder entwickeln unter der Einnahme einen geringeren Appetit. Das heißt, es kann sein, dass dadurch das Gewicht während der Einnahme etwas sinkt, was manchmal auch einhergeht mit einer verringerten Wachstumsrate. Das ist der Grund, weshalb besonders auch vor der Therapie diese Werte genau dokumentiert werden. Es wird nach Körpergröße und Körpergewicht geschaut, besonders bei Kindern und es wird auch der Appetit dokumentiert. Das heißt, diese Auswirkungen sind unter der Einnahme ganz normal. Und solange die sich in einem bestimmten Maß bewegen, spricht dann auch nichts gegen die Einnahme. Und für den einen oder anderen von Ihnen, der sich vielleicht Sorgen macht, ob das Kind dadurch im Wachstum so gehemmt wird, dass dieses Wachstum nicht mehr nachgeholt wird, gebe ich hier an dieser Stelle einmal Entwarnung. In der Regel wird das später wieder eingeholt. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden vor der Einnahme bezüglich ihres kardiovaskulären Risikos genau überprüft. Das heißt, man schaut einmal, ob in der Vorgeschichte oder auch in der Familie irgendwelche kardiovaskulären Erkrankungen herrschen. Die Kontrolle erfolgt so in etwa alle sechs Monate. Und wenn Ihnen dazwischen, zwischen den Kontrollen aber mal auffällt, dass Sie plötzlich irgendwie so eine Herzenge verspüren oder es allerschlimmstenfalls zu einem Ohnmachtsanfall kommt, das Risiko dafür ist verschwindend gering, aber egal, welche Symptome auftreten, die Ihrerseits eventuell Rückschlüsse auf eine Herzerkrankung während der Einnahme geben können, dann suchen Sie bitte auch sehr zeitnah einen Arzt auf, denn hier gilt es, das einmal genau zu überprüfen. Auch die Psyche wird immer sehr gut in den Routinekontrollen überprüft, denn in ganz seltenen Fällen kann es unter der Wirkstoffeinnahme zu Veränderungen kommen. Seien Sie einfach ganz sensibel auf bestimmte Symptome, wie zum Beispiel, dass plötzlich irgendwelche Tics auftreten, sei es körperliche oder sei es verbale. Genauso kann es sein, dass ein aggressives Verhalten plötzlich auffällig wird oder es zu Angstsymptomen kommt oder auch eventuell zu depressiven Verhalten. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu Halluzinationen oder Wahnvorstellungen kommen. Das sind nur seltene Einzelfälle. Trotzdem sollten Sie davon wissen, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass der Wirkstoff solche Symptome hervorrufen kann, wenn Ihnen das dann auffällt. Genauso wie bei den anderen Sachen, die ich erwähnt habe, sollte Ihnen einfach bewusst sein, dass das von dem Wirkstoff ausgelöst sein könnte. Und dann besprechen Sie das auch bitte ganz zeitnah mit Ihrem Arzt. Nun wollen wir uns schon einmal die Wechselwirkung anschauen und auch hier werde ich Ihnen wie immer nur einen kleinen Auszug geben. Ich muss aber sagen, dass wir mit diesem kleinen Auszug auch schon fast alle Wechselwirkungen, die der Wirkstoff mit anderen Medikamenten eingehen kann, beleuchtet haben. Als erstes seien hier die sogenannten Mao-Hämmer zu nennen. Das sind Wirkstoffe, die meistens auch von Ihrem Facharzt verordnet werden. Werden solche Mao-Hämmer eingenommen, dann sollten die spätestens zwei Wochen vorher abgesetzt worden sein. Zu dem Zeitpunkt, wenn mit der Lease-Dex-Amphetamin-Gabe begonnen wird. Eine zweite Wirkstoffklasse, die dann doch häufiger auch mal Anwendung finden könnte, wären die sogenannten SSRIs und SNRIs. Das sind bestimmte Antidepressiva, wie zum Beispiel ein Duloxetin oder ein Venlafaxin, ein Citalopram oder ein S-Citalopram oder ein Fluoxetin. Diese Wirkstoffe, die können einen bestimmten Botenstoff im Körper erhöhen, das Serotonin. Und hier kann es zu einer Wechselwirkung kommen, denn das Lease-Dex-Amphetamin, das kann seinerseits diesen Botenstoff auch erhöhen. Darauf gehe ich gleich einmal genauer ein. Und bei der gleichzeitigen Einnahme ist das Risiko für ein Serotonin-Syndrom erhöht. Das Serotonin-Syndrom werde ich nicht im Einzelnen jetzt ansprechen, denn es kann sich in vielfältigen Symptomen äußern. Ich lege Ihnen mein Video zu dem Serotonin-Syndrom einmal hier oben mit rein und unten in die Infobox. Wenn Sie selber diese Antidepressiva einnehmen, dann schauen Sie sich das einmal an, damit Sie hellhörig werden, wenn solche Symptome auftreten. Wenn es unumgänglich ist, diese Wirkstoffe zu geben, dann sollte das nur unter guter Überwachung erfolgen und Blutdrucksenker können in ihrer Wirkweise ihrerseits abgeschwächt werden durch den Wirkstoff. Das liegt aber dann indirekt auch daran, dass das Lease-Dex-Amphetamin den Blutdruck ein wenig ansteigen lassen kann. Es sind drei Wirkstoffe bekannt, die die Wirkung von Amphetaminen abschwächen können. Dazu zählt einmal das Chlorpromazin, das Haloperidol und das Lithiumcarbonat. Genauso schauen wir uns jetzt einmal noch zwei Mechanismen an. Als erstes, wenn der Urin angesäuert wird durch bestimmte Nahrungsmittel oder aber auch Wirkstoffe, dann kann das zu einer verstärkten Ausscheidung des Wirkstoffes kommen und damit zu einer abgeschwächten Wirkung. Hier sei einmal das Vitamin C zu nennen. Das heißt, Vitamin C sollte unter der Einnahme nicht eingenommen werden, weil es auf die Ausscheidung Auswirkungen haben kann. Dazu gezählen auch bestimmte Entwässerungsmittel, die sogenannten Thiazide, wie zum Beispiel das HCT oder das Xipamid. Und auch Diabetiker können durch eine Übersäuerung des Harns durch die Erkrankung von einem leichten Wirkverlust betroffen sein. Und denken Sie auch daran, wenn verstärkt tierische Lebensmittel konsumiert werden, besonders mit tierischem Eiweiß, dann kann auch das den Harn ansäuern und gegebenenfalls zu einer Wirkabschwächung des Listex-Amphetamins führen. Genauso gibt es andere Gegebenheiten, die den Harn alkalischer machen können. Da sei auf Seiten der Ernährung einmal das Obst zu nennen und auch das Gemüse. Natrium-Hydrogen-Carbonat kann den Harn auch etwas alkalischer machen, genauso wie Harnwegsinfekte oder aber Erbrechen. Das hätte wiederum zur Folge, dass das Listex-Amphetamin langsamer ausgeschieden wird als normal und dadurch dann stärker wirken kann. Das heißt im Umkehrschluss jetzt auf keinen Fall, dass Sie Obst und Gemüse meiden sollten. Sie sollten sich nur der Tatsache bewusst sein, dass auch die Nahrung Einfluss auf den Abbau des Wirkstoffes haben kann. Für alle, die es noch mal ein wenig genauer interessiert, wie die Wirkung des Listex-Amphetamins ist, möchte ich einmal sagen, dass es hier sich um eine besondere Salzform handelt. Das heißt, die Wirkung wird vordergründig durch das Listex-Amphetamin hervorgerufen und da das immer ein Gegen-Ion braucht, also nur als Salz vorkommt, findet hier immer die Anwendung des Listex-Amphetamin die Mesilats. Das nur der Vollständigkeit halber und viel wichtiger ist es jetzt, wenn der Wirkstoff eingenommen wird und dann vom Darm ins Blut geht, dann führen die Erythrozyten dazu, dass der Wirkstoff, der als Pro-Drug vorliegt, in seine eigentliche Wirkform erstmal umgewandelt wird. Die eigentliche Wirkform ist dann das Dex-Amphetamin und der Wirkmechanismus ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Man geht aber davon aus, dass der Wirkstoff dazu führt, dass es zu einer Anreicherung von Dopamin und von Noradrenalin kommt durch eine verminderte Wiederaufnahme in die Präsynapse und das ist auch der Grund, weshalb es zu Wechselwirkungen mit den SSRIs oder SNRIs kommen kann, da die Wirkmechanismen sich ein wenig ähneln. Zum Ende meines Videos möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Listex-Amphetamin ein Missbrauchspotenzial hat. Dahingehend würden auch Dopingkontrollen oder Steroiduntersuchungen des Urins positiv ausfallen. Das war jetzt schon alles, was Sie aus meiner Sicht als Patient zu Ihrem Wirkstoff wissen sollten. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen und gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür und ansonsten sage ich bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.